Hallo und herzlich willkommen bei Boxerbus Garage. In diesem Video werde ich euch einmal kurz und knackig zeigen, wie man hier diese Oberfläche über dem Kurtflügel neu filzt. Denn jeder T3-Fahrer kennt es, hier sind normalerweise so Gummimatten drauf, die sehen nach einer Zeit nicht mehr schön aus, sind eventuell gerissen, gehen auch ab dann, wenn der Sprühkleber nicht mehr richtig hält. Und mir persönlich gefallen die überhaupt gar nicht, deswegen habe ich mich dafür entschlossen, hier Filz drauf zu machen und ich werde euch zeigen, wie man das hier am besten verarbeitet. Zunächst einmal solltet ihr schauen, dass die Oberfläche sauber ist. Ihr seht hier ist noch ein ganz klein wenig Dreck, das werde ich jetzt auch noch alles säubern. Und ihr müsst gucken, dass so Roststellen wie hier zum Beispiel einmal abgeschliffen sind, der Rost entfernt ist und einmal dann auch Rostumfangler einmal aufgetragen ist, dass hier kein neuer Rost entstehen kann. Denn wir arbeiten hier später mit Sprühkleber, sprich die Sachen sind dann wieder feste hier aufgeklebt und dann könnt ihr da im Nachhinein nicht mehr dran. Vergesst nicht, dass ihr hier dafür den Gurt losmachen müsst. Beim T3 müsst ihr da wirklich sehr aufpassen, denn diese Schraube hier ist einfach nur durch die Karosserie geschraubt. Unten drunter ist so eine Art Kontermutter, die in die Karosserie eingeschweißt ist und die reißen ganz schnell ganz gerne mal ab. Deswegen vorsichtig losmachen, vielleicht ein bisschen warm machen, rausdrehen und wenn ihr die wieder einbaut, am besten Kupferpaste dran. Kommen wir zu unserer Schablone. Ich habe hier einmal das besagte Teil. So sehen diese Spritzlappenüberzieher, nenne ich sie jetzt mal, dann aus. Und wie man sehen kann, ist der hier schon nicht mehr sehr schön und der gefällt mir auch wirklich nicht, weil es einfach nur Gummi ist und das sieht halt nicht schön aus. Und wenn man so ein Auto fährt, möchte man natürlich dann auch ein bisschen was besser ins Auge sticht. Deswegen habe ich mich hier zu Filz besorgt. Das ist ganz normales Filz von Ebay, das verlinke ich euch unten. Und habe mir dann auch direkt einmal ein neues Teil angefertigt und das werden wir jetzt verarbeiten. Zunächst einmal müsst ihr bei dem Filz drauf achten. Hier sind zwei Seiten. Eine, die ist etwas grober, sag ich mal, und einmal die weiche Seite. Die weiche Seite ist natürlich die Oberseite. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das Teil zuschneidet. Ich habe es jetzt in einem ganzen Teil geschnitten. Wir werden das später hier einmal cutten, weil wir hier eine Ecke drin haben. Und die lässt sich mit dem Teil nicht so wie es ist verarbeiten, weil original hier eigentlich ein 90 Grad Knick eingebaut ist. Und den haben wir hier aber nicht. So, als erstes müsst ihr jetzt hier den Gurt lösen. Anschließend reinigen. Damit der Sprühkleber auch hält gleich. Nun können wir unser Filz auflegen. Ich lege das jetzt bis hier hinten in die Kanten rein. so wie ich das haben möchte. Lege es hier jetzt erstmal grob um, wie ich es muss. Ich habe das Teil natürlich jetzt ein bisschen größer geschnitten, weil ihr könnt immer ein bisschen was abschneiden. Dranfrickeln ist ein bisschen schwieriger. So passt es eigentlich schon ganz gut. Und jetzt gehe ich hin und taste die Kanten hier unten ab, bis wohin ich muss. Und halte meinen Kugelschreiber oder meinen Stift genau in dieser Kante hier drin. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr gleich komplett alles aufs Maß genau so habt, wie ihr das braucht. Am besten schneidet ihr an einer Seite für diese Seiten, also an diesen Werkstücken zumindest, weil wir hier eine gerade Kante haben, auch das Vlies an der geraden Kante ab. Also ihr legt das Teil dann an die Kante an und somit habt ihr schon eine komplette Naht, habt ihr dann gerade. Und vor allen Dingen hier, wenn man hier einsteigt, das sieht man sofort. So, jetzt schneiden wir uns das komplett so zu. Ich werde hier an der Ecke wahrscheinlich noch ein bisschen was rausnehmen. Aber somit haben wir auf jeden Fall direkt eine Kante, die bündig abschließt rundherum. Wichtig ist hierbei, dass ihr euch das Teil immer wieder neu anlegt, wenn ihr was gekürzt habt, damit ihr auch genau die gleiche Form bekommt, die ihr auch am Ende dann haben wollt. Weil ihr ärgert euch schwarz, wenn das am Ende nicht mehr so hundertprozentig passt. Jetzt haben wir hier das Problem, wir haben hier original eine Rundung. Und das geht später hierüber hinter dem Sitz in einen Knick, weil wir ja hier unser Radhaus haben, dass wir das Werkstück hier am besten einmal schneiden, weil wir sonst hier hinten das Teil übertrieben gesehen nicht mehr so gerade auf Kante haben, sondern es verzieht sich nach unten, weil hier keine 90 Grad Biegung drin ist, wie es original ist. Deswegen male ich mir jetzt hier hinten einmal die Kante an, schneide das Teil in der Mitte durch und dann können wir dieses Teil vorne schon einmal aufkleben. Nächster Schritt ist nach dem Anpassen das Loch für unseren Anschnallgurt beim T3, der hier dann normalerweise so sitzt. Den darf man nicht vergessen, weil im Nachhinein, wenn das alles schon klebt, den da reinzuschneiden ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ertastet ihr einfach hier das Loch, wo es dann gelegen hat. In dem Fall ist es hier. Und wir machen uns jetzt hier vorsichtig mit der Kuhscheibe eine kleine Markierung. Jetzt weiß ich ungefähr, wo das Loch war. Jetzt nehme ich nur einmal mein Skapell, das habe ich hier noch übrig. Mit dem lässt sich das nämlich sehr gut schneiden. Und schneide hier vorsichtig das Loch aus. Das muss nur so groß sein, dass die Schraube im Endeffekt durchpasst. Wenn ihr ein bisschen größer macht, ist das nicht schlimm. Denn das Teil würde das noch verdecken. Aber wir wollen es ja vernünftig haben, deswegen gucken wir, dass wir das Loch so klein wie möglich bekommen. Hier haben wir unseren Sprühkleber. Einfach auch einen Sprühkleber von Ebay. Und den müssen wir jetzt großzügig hier drauf verteilen. Wichtig ist, wir gehen im Endeffekt nur bis auf diese Kante hier. Weil wir die Rundung gleich noch einarbeiten müssen. Deswegen werden wir nur diesen Streifen hier jetzt bekleben mit Sprühkleber und dann aufkleben. Weil dann, wenn dieses Teil klebt, kann man das hier besser bearbeiten. Jetzt muss alles relativ flott gehen. Deswegen setze ich das jetzt einfach hier ganz schnell rein. Wenn ich mir das so zurechtlich, wie ich es brauche. Hier muss ich noch etwas ziehen. Jetzt könnt ihr das einmal noch ein bisschen euch zurechtziehen, wie ihr das braucht. Schön in die Kanten eindrücken. Mit dem Filz hier kann man sehr gut auch die ganzen Konturen nacharbeiten. So, jetzt muss das Filz ein klein wenig antrocknen. Ich habe da so immer 10 Minuten dem Filz gegeben. Aber ihr könnt auch schon direkt sehen. Dass sich das echt gut verarbeiten lässt. Ich bin damit wirklich zufrieden. Ich überlege damit dann auch später mal den Innenwagen noch zu fülzen. Aber so an sich bin ich damit schon zufrieden. Und ich finde es, es sieht einfach wirklich gemütlicher aus, wenn man so in das Auto einsteigt, wie mit den ollen Gummisachen. Wobei ich sagen muss, hierbei auch der Teppich, der ist eigentlich super. Einfach auskehren mit ein bisschen feuchten Lappen drüber. Und der ist sauber. Deswegen bleibt der nämlich drin. Jetzt werden wir hier einmal schnell einen kleinen Cut machen. Ich lasse das kurz antrocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das zweite Teil habe ich nun hier gecuttet gehabt. Und habe es jetzt hier wieder in die Ecke vernünftig eingelegt. Und habe es dann da verklebt. Und jetzt ist das Teil schon fertig. Jetzt können wir einfach hier die Matte wieder drauf machen. Und wir haben einen wirklich sauberen, schönen Abschluss hier. Und so sieht unser fertiges, gefilztes Stück nun jetzt aus. Ich muss nur noch hier den Gurt dran machen. Und das war es dann auch schon. Sehr einfach, sehr simpel. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Das war es auch wieder mit diesem Video. Relativ kurz und knackig. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst ein Like, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wieder. Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.